Ich glaube, so war das nicht vorgesehen von Entwicklern. Aber es funktioniert. Einfach ein bisschen die Spielmechanik gegnern. Ja genau, so war's. Also war's. Mh, mh, mh. Mhm. Okay. Ich geh auch da nicht rein, einfach so. Bin ich blöd. Weil ich nicht muss. Nein! Ich bin offensichtlich doch blöd. Bitte etwas Ruhe da drinnen. Äh, das heißt, hier leer. Ich hab nur noch voll in Balken und so. Ja, die Pistolen regeln ja auch. Ach, dafür hab ich jetzt auch keine Munition mehr, leck mich doch. Okay. Eh, das ist ein bisschen ungünstig. Äh, das wäre wieder runter, sobald ich wieder... Okay. Auch schön. Okay, jetzt langsam wär mal Schwung Munition nicht schlecht. Noch so'n Raum. Ich hab auch jetzt schon keine Munition mehr. Oh Gott, ich will mal vor, du läufst da einfach rein, ohne die vorher noch mal zu heilen. Äh. 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 Ähm, hallo? Hallo? Oh. Oh. Okay, jetzt kommen wir runter. Ich war mir nicht ganz sicher. Geht wieder hoch. Hoch. Okay, ist nicht komplett scheiße, die Knarre. Äh. 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 Äh, was? Muss ich mich verarschen, oder was? Moment, wenn das hier jetzt zu ist, ist dann da unten offen? Nein. Ja, das muss ich mal speichern. Hätte ja sein können. Aber ich bräuchte wirklich langsam mal ein bisschen Munition hier, so, ne? Es wird langsam dünn. Das Spiel wirft einem sehr viel entgegen. Oha. Das ist ja nur einfache Heilung. Hätte ich mir den Burks. Hätte vielleicht mal nachladen sollen. Okay, da möchte man nicht runterfallen, glaub ich. Glaub ich? Weiß nicht. Glaub ich mal bitte irgendwo herkommen, wo ich euch sehen und schießen kann. Ich hätte diese anderen Gefangenen, die ich retten sollen. Hätte mir eigentlich so eine Munition gespart, glaub ich. Ich muss mal kurz Heilung holen, ganz zurück. Da hab ich so gar keinen Bock drauf. Mehr Heilung ist auch gerade nicht. Aber besser so ein bisschen als gar nichts. Okay, ich komm durch, ja. Nicht schieben. Ich hab... Oh, ja zum Glück. Die sind zum Glück nicht Ziel suchen. Oh, danke. Jetzt kann ich mal hier... Mal runterspringen und gucken, wo ich hinkomme. Ich komme dann hier in einen langen, dunklen Raum. Da ist irgendwas tot. Und... Oh, ich sehe halt so gar nichts. Wer belohnt mit Story? Wunder Lila can reach you here, but I can. I am able to access all the sections of the ship and this have been stopped attacking me, realizing the fertility of the Enterprise. Here is a little hint, you probably need the help. If you want to live, go ahead and look for a hidden airlock panel. Wo ist das? Okay, das ist da ganz am Anfang. Um, maybe it was here? I remember, no. It was here. Yeah, this is. It was a place. Sorry, couldn't this be it. Ugh, got it looking like it. I can't find the right map. Try talking to Lila. She always was a nice IE. She couldn't help you, alright. Lila can get here. Decomremission. Complete. Just kidding, this is a place. I don't know the... Inform me that the four building Cyborg Simulankrums of the Marathon Crew. Oh, geil. I mentioned that you will need some of them soon and one to one. You will not get too close to them about three meters. Yeah, geil. Freue ich mich aber... Gibt hier vielleicht noch irgendwas? So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da wirklich ein airlock ist oder ob der mich einfach nur verarscht. Wird es herausfinden, das mache ich heute noch, weil... Ach, ach so. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, um nachladen zu müssen. Also so richtig schlechter Zeitpunkt dabei war. Okay, was auch immer funktioniert Lila. Ich nehme an, das ist gut. So, ich muss ein bisschen Munition sparen. Munition sparen muss sein. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, fuck you. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das hier überhaupt aktivieren muss, aber... Ich mache es halt mal. Ah, dann schlagen wir ihn wieder tot. Ah, das dauert zum Glück gar nicht lange. Ich frage, ob man die alle tot schlagen kann. Ja, reicht nicht. Ne, die Anfangsgegen auf keinen Fall. Na komm, bitte sterben Sie. So, wir gehen nicht da rein. Deswegen gehen wir das nochmal zurück und speichern auf jeden Fall. Dann lassen wir uns mal hier in diesen richtig tiefen Entferntgang fallen. Wo diese kleinen Hüpfchen hier noch rumeiern. Gucken wir mal, das ist. Gehen wir mal kurz an dieses Pult. Ähm... Also, wir hätten da nen Erlack. Das ist direkt am Start. Das ist bei diesen Räumen, bei den beiden. Und das ist auch am Start. Das ist alles so am Start. Ne, das ist der Ausgang. Da wollen wir nicht. Das hier ist mal ein bisschen Munition. Kann ich mehr als nur gut gebrauchen. Okay, ich glaube da verarscht er mich nur. Und das hat jetzt immer noch zu, ne? Geht die vielleicht auf, wenn ich... Nein, die geht da nicht auf. Selbst wenn ich komme, dann nicht durch. Scheiße. Wo ist die überhaupt wieder zu? Nächste Frage, wie komme ich da rein? Ah. Junge, bin ich dämlich. Wir laden durch. Ah, ich habe keine Pistolen-Munition gefunden. Okay. Warte mal, da ging es doch nochmal irgendwo lang, oder? Ja. Ging es. Jetzt müsste ich so ziemlich alles haben. Bin ich ganz... Also wieder Speicherpunkt. Nein, hier ist nichts. Okay. Frage ist auch, ist das jetzt wieder offen? Kann ich mich nochmal richtig heilen, oder? Etwas... Ne, das ist immer noch zu scheiße. Was ist recht, das ist gut. Aber so... Also ist es wir, wenn ich jetzt erstmal ein paar Beispiele hab appropriate, Ja. Einer, was angenehm, ist ja nochmal zu wenigstens. Und dann geht das noch nicht hinzu. Und dann geht das noch nicht hinzu. Ich bin einfach nicht hinzu. Jetzt kann das noch nicht einfach nur ein bisschen das. Ich bin mit ein paar Beispiele. Nee, das geht auch nicht mehr aus, so, okay. Aber wenn man da... Wenn man da nochmal irgendwie rankommt, dann... Keine Ahnung, wie. Fährst du bitte mal nach oben? Och, Junge. Hallo, nach oben fahren. Hallo? Ach, komm schon. Aber du wirst mich noch jetzt verarschen, oder? Komm, fahr nach oben. Hallo? Es wird nicht... Ach, Rom. Ist das der Port oder ist das Originalspiel schon so kaputt? Ach, ja, 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 ja. Okay, einmal hier rum. Gut, aber ich möchte noch mal was gucken, dann speichern wir aber zuerst und mich nicht mehr weiterlaufen muss. Dreifach ein und kommt nicht wieder, das ist auch ziemlich kacke. So, da unten waren wir, da hinten ist nur noch der Ausgang. Ach nein, okay. Da ist auch nur tote Lava. Hätte ja sein können, dass da noch ein Secret ist. Hätte man ja was hinschätzen können. So, war hier noch irgendwas, außer der Schalter da. Nur, dass ich was auch immer da angemacht habe, ich meine, wird schon keine Nachteile haben. Muss ich wahrscheinlich sogar anmachen. Das ist relevant, ob ich die anmache oder nicht. Weiß ich nicht. Ich gehe nochmal speichern. Das ist auf jeden Fall beide an. Ich kann sie, glaube ich, auch nicht mal ausmachen. Nö. Ich glaube, irgendwas passt nicht. Das weiße Robe hat ja auch heißen Spielstand gespeichert und nicht weiß. Korontal 837-1010. Ah, was wir sagen, es reicht schon heute, aber das lesen wir noch. Aber 7000 Tonnen, äh. Sonst haben wir die Delay. Delay terminated. Count Roland smites up on the marble stone. I cannot tell you how he hood, he would, he would in smote. Jetzt the blade breaks, not north splinters, south it groans. My english is really good. Upward to heaven, it rebounds from the blow. When the count sees it never will be broke. Send to himself, write softly, make moan. Ah, Durandal, fair hallowed and devout. What store of Elix lies in the hilt of gold? The song of Roland. Eh. By the daughter of the singer, singin' ... Twice have been countered, three times more. Ever again shall humanity purge me in never the before. Oh, wow. Oh, wow. Danke für diese, sehr ... Lass mich raten, wenn ich da rausgehe, sind gleich zwei Minuten gegen ... Ach, nö, die Hifi hier wieder. Ach, du Scheiße. Ja, das ist doch eine sehr schöne Gelegenheit, um ... Schluss zu machen mit Marathon. Wir werden dann morgen ... Ja, morgen morgen weiter machen, nehme ich an. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss